Guten Morgen! Tag 2 hier in Deutschland. Wir gehen jetzt schnell mal fürs Frühstück und dann zum Probieren. Yummy! Mit voller schönen Aussichten auf den See. Siehst du da hinten das Wasser? Da ist der See. Ich glaube, es ist auch sehr weihnachtlich. Voll cool, voll schön. Und hinter mir der See. Echt ultra gemütlich da. Wir knotzen es jetzt gleich mal her. Jetzt eine kleine Roomtour. Jetzt sieht man nämlich auch den See. Es ist nicht voll nett hier. Das nicht gemachte Bett. Na, schau wer da ist. Der Rubien steht schon draußen auf der Koppel mit neun Freunden. Jetzt war ich noch alleine. Da hat er dann genug Heu zu fressen. Und neben seiner Koppel ist der unfassbar hübsche. Ich meine, wie hübsch ist er eigentlich? Wowie! So ein schicker. Wow, mein Freund ist auch schon zum Rubien reingegangen. Ich muss noch ein bisschen so verabschieden. Ich muss auch. Mein guter Mann. Gott, der Rubien wird mir so abgehen. Mein guter Mann. So ein Bilderbuchpferd. Das schaut wirklich aus wie aus dem Katalog, oder? Gefällt mir richtig, richtig gut. Probieren schaut noch. Jetzt, wo wird es wirklich gehen. Tschüssi! Wir sind jetzt gerade in dem anderen Stall. Und ich habe mich gerade in dieses Pony verliebt. Ist das nicht super süß? Rate mal, wie alt dieses Schimmelpony ist. Schreib mir das gerne. Jetzt bin ich gespannt, ob der irgendwer das errät. Wowie, wir sind jetzt gerade essen. Und Flammkuchen gibt es ja in Österreich ja nicht so. Deswegen, das ist das von der Anna. Und bei Weihnachtsmusik fahren wir wieder zurück nach Österreich. War ein so cooles und voll fröhliches Wochenende. Wir hören gerade nur Weihnachtslieder. Schreib mir, ob du schon in Weihnachtsstimmung bist. Und was so dein absoluter Lieblingsweihnachtssong ist. Hier sieht man die ganzen Radiosender, die wir hier empfangen. Nur, was ist denn das für ein Radiosender? Kann ich darum, wie ich sicher gewinnen muss? Was das? Was das denn jetzt? Ich bin nicht so schön! Ja, das denn wir anfangen.